So, herzlich willkommen auf dem PBE. Heute spiele ich Top-Lane Fiddlesticks. Fiddlesticks hat nämlich auch eine schöne Änderung erfahren. Also neben seiner neuen Passive, die ihm Attack-Speed-Boost gibt, wenn er sich kurz nicht bewegt, was ganz geil für seine Ulti ist, hat er den Effekt bekommen, dass sein Rabe, der Bounce jetzt nicht 5x, sondern 7x, und der Bounce immer priorisiert auf das Target, das ihr gerade draint mit eurem W-Spell. So, das heißt, wenn jetzt ein Feind in der Minion-Wave steht, ihr werft ein E auf ihn und draint sofort, dann geht der Rabe auf ihn, Minion, ihn, Minion, ihn, Minion, ihn. So. Und darum werden wir den E-Speller mal maxen dafür und gucken, wie gut das auf der Top-Lane funktioniert. Als First-Item ist Morello drin, dann haben wir auch ein bisschen Mahn, um das zu machen. Und es gibt 100 AP inzwischen, das ist echt richtig nice. Gucken, ob wir irgendwas gegen Nasus-Decks machen können. Ich dachte schon, ich würde Quinn Top-Lane bekommen, Alter. Was denn? Kassio kann jetzt keine Schuhe mehr kaufen, oder? Kassio kann keine Schuhe kaufen, nein. 6 AP-Items. Ja, genau. Danke, Rito. Äh, ich finde Viertel-Autotex komisch. Wieso? Not sure how to last it. Ah, der habe ich nicht bekommen. Ah, den auch nicht. Ah, doch, ich habe ihn. So, er muss sich jetzt nur mal an die Minion stellen und dann testen wir das mal. Oh, lol, guck dir seine Leben an. Das ist doch angestellt. Ja, ich habe das einmal gemacht. E-Spell auf ihn. Oh, lol. In Minions und dann habe ich ihn gedraint. Ach, ich muss eh aufladen. Ups. Das ist ja mal richtig nice. Ah. Ich glaube, ich kann auch über zwei Dragon machen. Nö, aber viel Spaß. Ah. Man muss dabei aufpassen, weil die W-Range viel kleiner ist als die von E. Okay, es ging nicht. Unerwartet. Warte, warte. Wenn ich meinen Q-Spill mache, kriege ich doch eigentlich keine Agro, oder? Im Tor? Eigentlich. Eigentlich. Ich habe jetzt noch geautodetektet, das von Stand selbst nicht in Tor. Egal. Dann schon, wenn du. Dann schon. Ich werde es noch herausfinden. Oh, fuck. Töte ihn einfach. D-d-d-d-d. Überraschung. Du hast keinen Weh gemacht. In Ordnung. Happy? Das Problem ist, dass der Dude nicht seced und dann habe ich kümmer. Also, das ist ein Q-Werf cool, dann aber. Egal. Alter, der Nasus, der hat einmal die Combo abbekommen und jetzt macht er nix mehr. Ich bin lange nicht farmt, kannst du mir recht sein. Half-Life. Wow. Sein hat mich gecounter-jungelt. Indeed. Holy shit, ich kann Leute damit komplett zonen. Das wäre richtig vorteilhaft, wenn man farm könnte. Ja, Kennemann den nicht bekommen. Den habe ich auch nicht bekommen. Ah, das ist jetzt richtig doof. So, vorsichtig. So. So. Schritt für Schritt. Erinner mich irgendwie an einen 4 Autotags. Ich bin von der E-Taste runtergerutscht. Wo ist Nasus? Hey, Senpheus. Hey. What's up? The end is near. Achso, das ist der seltenste letzten Game von unserem Team. Ja, stimmt. I remember. Ja, sag ich doch. Meine Güte, hörte nichts. Boah, ist das abhärblich. Boah, ist das abhärblich. Jetzt kommt Lost Chapter dazu. Was ist Lost Chapter? Das ist das neue Item für Morello. Das drückt mir richtig sanig Mana ins Gesicht, wenn ich ein Level Up habe. Hm, das ist richtig geil. Weißt du, was Spaß macht? Wenn man jetzt dann bei E-Railer Host gilt. Hm, gar nicht. Ich kenn's aber nur gegen mich. Ja. Und das macht keinen Spaß. Warum bist du Level 7? What the fuck? Äh. Oh, ich bin der, ach so, ich bin der W7, ja. 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 Komm mal her. Ja, ja. Können wir mal sehen. Warum ist hier MSI? Das bin mir nicht aufgefallen. Hier steht hier, das auf dem Boden. MSI. Stimmt. Ist halt cool. Schleichwerbung. Ja. Ist ganz unterschwellig da platziert. Alles natürlich nur für die Mitglieder mal wieder. Ja, aber Top und Bot haben auch hier solche Symbole. Okay, mach irgendwas, ist mir egal. Engage. So, los, rein da, aufs Raka. Warum Spaß, der Nasus traut sich nix mehr. Der traut sich überhaupt nix mehr, der Nasus. Oh. Ich seh nix. Ich kann nicht Bursten, ne? Der macht so ne Ult an, da. Das ist doch. Nein. Hat er dich mal ignited oder so? Hm. Sehr doof. Boah, das sind 8 Minuten, wie schon kein Drake. Wie kannst du eigentlich nur Jungle spielen? Ich muss da reingehen, aber ich wünsch ja, weil ich muss. Pasa, wer ist da reingehen? Pasa, wer ist da reingehen? Das ist im Syndrom. War der Midlaner. Wollen wir Line switchen? Oder ist der FK? Ich geh Botlan, du kannst gerne in die Mitte gehen. Ah, ich hab kein Bock mehr gegen Nasus, der macht halt nix. Das ist halt wirklich zu stark mit meinem B und E. Aber wo fährt er hin? Er fährt... Was war das für'n Geräusch? Äh, fahrern wollte. Das ist... Sein. Fui! Da kommt der Zug! Mach mal von River. Ich bin auch gleich da. Komm doch her! Komm zu mir, du Arsch! Okay. Oh lol. Oh lol. Oh lol. Oh lol, der Flash. Gut sein. Ja, ne, ne, ne. Was denn? Danke für die Hilfe. Wo bist du denn? Ah, sie ist auf mich geflasht. Lol, die macht so viel Damage. Haha, ich lebe. Wo ist sie? Hier ist sie. Oh, sie kommt zu dir. Oder du kommst zu ihr. Haha. Surprise! Kann ich den Blue haben? Äh, ja. Oh, wo? Oh shit, sorry. Kann ich den Blue haben? Ja, ich smite ihn mal weg. Und ich hab jetzt auch nicht extra smite gedrückt. Und dann ups, sag. Ja, ich hab wirklich. Auf, mir glaubt man das sowieso nicht mehr. Aber wir gehen mal logisch an die Sache dran, ja? Um herauszufinden, ob du das mit Absicht oder nicht gemacht hast. Also. Den Blue buff smiten gibt Mana. Wladimir hat kein Mana. Du hast mit Absicht gesmitet. Ich mag die Automatisation. Ist nachvollziehbar. Aber. Äh. Du hast echt. Ich mach schon den Blue geklappt, dass eben. Ja okay, das war wirklich extra. Aha. Wo willst du jetzt hin, Benno? Top oder Mitte? Benno, aber den Red Bull. Äh. 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 Ja, den brauchst du aber auch nicht. Äh. Oh, ich hab anzugreifen, du Witzbold. Äh. Er hat wenigstens so getan, Benno. Äh. Ich wollte so tun, als hätte ich wieder, äh. Äh. Oh nein. Das unterstützt nicht meine Aussage. Ich weiß, dass, wenn das passiert. Are you afraid? Ah, nicht da. Ah. Ah. Gut, mit dem ADC, der sich auf eine Stelle stellt und rechtsklick macht, kann das auch nicht funktionieren. Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Das war ein Weg. Das war ein Weg. Oh shit. Go, Estelle. Sie hat mich gefunden. Holy shit, wieso? Was ist das für Damage? Wollt er zwei Feinde waren. Haha. Oh. Sein Kussball weiß ich irgendwie. Weiß nicht. Ich, äh. Anychamp that needs a farm to be good isn't a good support. Ach so, ich soll farm. Okay. Hab ich jetzt rausgelesen? Das war die Aussage. Anychamp that needs a farm to be good isn't a good support. Ja. Wie ich ein guter Support bin, muss ich farm. Ja, genau. Soll ich auch sagen. Das steht da quasi. Das sollt ihr auch sagen. Oh, Morello ist so teuer, ey. In der Top oder Mitte? Äh, Mitte. Man, die gibt sich ja nicht mal Mühe beim Farm. Ich kann die jeden klauen, wenn ich das will. Mach mal. Mach ich ja. Spiel voll AD. Als Supporter ist das eh immer leichter. Siehe, wenn Benno mich supportet. Ohne Witz guckt euch mal unseren Botlane-Farm an. Das passiert nicht. Yes. Also es ist schon mal passiert. Ich hatte keinen Farm in dem Game, glaub ich. Ja, aber es lag nicht an mir. Du bist einfach bei mir. Dann weißt du auch, warum das passiert ist. Weil du es sagst. Feuer? Ja. Ja. Pasa halt ich zurück. Zu tanken? Okay. Bisschen scheiße. Hast du ein Smite auf? Ja. Wenn ich das denken. So, das Partisan ist nicht nur noch cool. Oh, ein Sion. Ist der Jungle? Ja. Der Damage? Sollte ich Angst haben? Cassio! Ein bisschen. Nein. Ich war bad. Ja, war. Lol. Oh, lol. Au. Der zukommt. Lester Sion ult ever. Chuchu. Sion hat von da nach da geultet. Ja. Trotzdem ist unser AD Carry trotzdem. Ja, unser AD Carry kann auch nix. Aus der Flame. Top lane ist langweilig. Okay, ich geh wieder top lane. Ist aber echt langweilig, ne? Ja. Soll ich top lane gehen? Nee. Ich geh support. Und wenn du geh in Jungle. Die Rotations, Alter. Oh, Leute. Seine Q ist noch ziemlich gepackt. Ja, verpackt. Ja. Ja. Es wird da n Falle Drache. Yay. Endlich wollte er mich mal fighten. Fehler. Ha. Ich hab Morello. Wie viel Coolen Rejection bekomm ich eigentlich? Welch Masteries hab ich auch keine Lust drum? Nein, ich hab den Backcall abgebrochen. Du warst schon weg. Auf einmal bewegt er sich wieder. Nein. Schön. Ich hasse es, wenn das passiert. Ja, wenn der AD Carry top lane rotiert, um dich zu töten. Ach ja, SS. Okay, cool, danke. Dann pass auf, dass sie mich tötet. Ey, es gab doch kein SS von der Mitte. Falscher Jungle. Falscher Kass ist es. Hier, mach was. Die wollen top pushen. Cassio kein Flash mehr. Nein, wir verlieren. Komm her, komm her, komm her. Komm her, ich mach nen Inzegg. Ich kick's in dein Gesicht, komm her. Ja. Oh je. Hast du jemals die Sim gespielt? Ja. Ich bin beeindruckt. Die ist so fett, sie ist nicht über die Wand gekommen. Ich hab nen Blubuff. Verdammt. So ein Wort? Du hast gerade ernsthaft gesagt, ob ich jemals die Sim gespielt hab? Ja. Ich bin Level 5. Mit die Sim? Ja. Ernsthaft? Ich hab ne Zeit, dann nur die Sim gespielt. Oh fuck, mach die Dimage. Ich hätte so ne Kase ne Beste, was ist, wenn ich nen Penta mitmüsse. Nein. Nein, was hat mich getötet? John vielleicht. Nein, der hat, der hat dich angegriffen. Verstand. Äh, da ist ne Quinn. Ja, ich kann aber nirgends woanders hin. Was soll ich denn machen? Alle Nase nicht. Leben. Oh lord, ich seh grad... Ich hab nen Attack... Ich hab nen Code Reduction Overload, glaub ich. Ich komm auf 20... 30... 60... 40... 50... Ich glaub ich hab 50%. Aber bei 45 Maximum. Das ist noch verkraftbar. Da ist die Queen Greedy. Ich hab' die. Ich hab' die. Ich hab' die. Ich hab' die. Du fasst keinen Damage. Du fasst keinen Damage. Da... Fast. Oh lord. Ähm... Ähm... Flush. 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 Wann hast du E? Oh. Oh, der CC! Ich geh' back. Ja. Ja. AP, really? Mit Rage Blade? Ah, okay. Da hab' ich die erst... Mehr brauchst du auch nicht. Ja. Ja. Okay, save. 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 Oh lord, oh lord. Sonst werden wir mit so Rage Blade und Lich Spellen. Ah ne, nicht viel E. Okay. Rage Blade. Aha. Easy. Ah, die Raben, die gehen so ab. Ab dich. Bäm, 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 bäm. Raben, bäm! Wie denn? Fast Schaden. Föde. Fast Schaden. Hm, ich hab' kein' Blue Wolf. Aber, hey. Tja. Der Saiyan hat auch keine Magic Reuses, also. Mal schaum, ob das geht. Hat er schon Leben verloren? Wie habe ich eigentlich die Kill bekommen? Weiß ich nicht. Kriege ich Hilfe? Ich bin schon auf den Weg. Ist mein Ding schon wieder tot? Ich kann ihn. Ach, unser Jungleans schießt dich auch mal mitzummehelfen? Nice. Äh, willst du? Und dann smiten. Ich hab nicht gesmited. Und dann smiten. Ich hab wirklich... Die haben Dragon. Was macht unser Jungle eigentlich die ganze Zeit? Ich weiß es auch nicht. Was macht die Cassio? Was kann Cassio? Ich weiß es nicht. Kann sie irgendwas? Nein. Irgendwas kann die bestimmt. Vor allem die kann nichts. Okay, okay. Aber 3 gegen 1 würde ich sie trotzdem nicht verhalten, Adi. Er hat nicht mein Assist bekommen. Was ist diese komische Reihe mit Dings die sie macht? Das ist slow. In dem Skill bist du grounded. Du kannst keine Mobility Skills mehr benutzen. Auch kein Flash oder so. Ist das nicht ihr W-Spell? Ey. Passer. Oder hast du W gesagt? W? Mein ich. So, ich hab hier verschont. Guck mein Movement Speed, ja? 360? Ja. 472. Ist der Zauberer. Hm, ich weiß. Und Jinks ist wieder tot. Pssst. Hello, come out. Folge mir unauffällig. Okay. G Okay, fck. was jetzt was was sie waren sowieso ein bisschen unnötig ist mir egal ja es gab halt keine coolen das wichtigste war dann wurde ich warte auf die kürzer zauberung so mal schauen wie gut ich den blubuff damagen kann ja ich kann nix oh leil bait bait sie alle hier hin beweg dich hallo ich hab Queen mitgeworfen ach waas oh lol die hat mich die ganze zeit attackiert oh lol ich hab ja auch noch Sonias ey ich hasse es AP dazu spielen ich vergesse immer Sonias mach mal nen Tower ich brauch 15 Gold 15 Gold? warte doch einmal 15 Gold nein das ist nicht effizient warte lieber bis wir nen Tower haben Benno was soll ich jetzt nächstes kaufen? hmm nash was tut ok und danach brauchst du auf jeden Fall nen Hackstack Proto Belt das ist das? ja genau das item was ich habe wie baut man das? wie baut man das? ähhh nein aus einem Hackstack Revolver und einem Kindle Jam Kindle Jam Kindle Jam oh leil das macht ja auch Schaden wenn man in eine Richtung dashed ja ja und die Animation dafür sehen richtig richtig schlecht aus darum hasse ich das item hab ich grad gesehen ich finde das sollte einfach nur so ein 400er dash haben 500er dash ist ok es geht nicht über Wände also bei dem Skill oh leil oh leil oh leil und dabei bleibt das ist ok das Nasus aufk ja Nasus ist aufk leil die hat mich geultet über die Wand sie hat mich gerochen nein die hätte ich schon nichts angegriffen das stimmt gar nicht nicht als ich ult geplastete du bist dreht oh ja fokus nicht weiter Kersti wenn Soraka daneben steht irgendwann bekommst du sie bestimmt man 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 ich mag meine Jinx irgendwie nicht die ist sympathisch oh fuck also willst du wieder auf AD umkaufen nein nein eigentlich nicht sind wir eigentlich nach vorne oh ja ja und wir equalizen nicht schon wieder ich hätte auch grad die Quinn getötet aber da stand ein Minion neben ihr und ich dachte das wäre wichtiger die zu starten ah ok ja da hast du recht ja ich muss Prioritäten setzen kann ich ja zeigen Wind fuck it brauchen wir nicht lasst ihn alter was bei drei äh Wind Dragon kriegt man einfach 45 ey das kann doch nicht sein die steht hier vor und ultet da rein also wirklich so ein ein Pixel aah oh oh leil schade Ich habe einen Traum, dass ich eines Tages mein Zonias benutzen werde. Mit der Drip. Drei. Zwei. Wunderwartet. Wie unerwartet das war. Nein, der Disrespect. Ach du Kacke. Was hat er gemacht? We apply water to burn wound, ey. Wenn wir weggehen, halt die Minions fertig machen. Lauf mal Richtung Pit. Oh, ich habe vergessen, das ist Oraka. Ja, das Thema hatten wir ja noch nicht, dieses Game, ne? Das ist schon recht. Ja, aber ich habe sie nicht gesehen. Ey, ey du Arschloch. Ich kann nichts machen, ich wollte sogar Zonias drücken. Oh. Oh. Tatsächlich wollte ich das. Sehen wir. Bleiben wir im Mechanics jetzt. Oh. 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 Noch ein Cue. Noch ein Cue. Ne er flasht weg und ist nicht mehr in Cue Range. Aber gleich der Cue, gleich der Cue, gleich der Cue. Tons of Heilung. Oh, lol. Jetzt Cue doch. Du brauchst zu... Oh, du hast zu spät gecued. Depp. Mein Item ging nicht. Den Depp hast du verdient. Ja. Hättest du einfach mal gecued, ne? Ja wahrscheinlich. Nein, du hättest dich um über 400 oder so geheilt. Das geht immer so schnell weg. Also eigentlich war das ein gutes Zeitpferd, was du da hattest. Du hast zweieinhalb Sekunden. Und du hättest ihn da und da. So, da hättest du unsere Q'en können. Dann nochmal da und da ungefähr. Hier und hier auch noch. Ja, das war's dann. Ja gut, also theoretisch. Da hast du ja recht. Jawohl. Die sind in der Stufe 5. Dann hast du besser mit dem 200-Dopping. Ich hab nur 160. Alles gut. Ich hab nur noch 90. Ich hab nur noch 90. Ich hab nur noch 90. Ich glaube, ich bin nicht. Ich lebe. Ich auch, easy. Verlöp ist tot. Ja. Kannst du in den River? In den River? Oh, ich komm wieder. Ich komm wieder. Nein, ich komm wieder. Ist grad aufgeladen. Nicht gut. Drei Sekunden. Rip, jetzt kommt die. Ich bin gleich angerannt. Ich bin einfach am Outer Deck gestorben. Oh, leil. Meine Pest auf ist verbuggt. Sie macht die ganze Geräusche. Ja, ich hör's auch. Achso, das ist nur über meine Leiche. Okay. Reicht du noch. ja 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 ich habe kurz gezweifelt kurz habe ich gezweifelt selbst auf ap kratscht eine irelia eine 18 7 18 6 quinn wollen jetzt nicht mal anfangen ob irelia op ist oder nicht aber gute alte season 2 sage ich nur es liegt halt einfach wirklich an den pointe klicks dann ja und selbst wenn er nicht dann slow der um eine million prozent aber wenn man nicht rankommt weil man naja aber dafür hat man da guck dir die hier an vielleicht hätte ich doch auf suraka gehen sollen nein nein das quatsch wir hatten doch schon was wir kaufen naja rocket protobelt das kann nicht sein alter ich liebe hextech gunblade ich liebe sogar kann dieser champ ist einfach die verdiene ist so nicht das zu überleben ich weiß gar nicht was ich mir jetzt das item holen soll könntest du auch diesen belt holen ich nein 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 meinst du als das nix freundlich oder du holst hier weil es hat mich während beim wege killt während meines weis während meines weis ich glaube die ich bin durch das teil der gelaufen wir lebten alles nein 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 wo ist denn der hin selbst wenn sonst Sonja's Jetzt ist es ready Let's go guys Hallo, ich renn doch schon Ey, ich bin hier afk Ich hab noch nicht geholfen Achso, okay Moment Willst du das ist? Ich komme Gut Da ist die Gwyn Ulti Nevermind Der zwischen den seinen Dings kriegen können Komm her, komm her, komm her Oh, schlatt Denkt immer daran Dann Stimmt Irgendwie traurig Schenk's auch Oh wait, she's so bad Du sollst nicht knistern Die doch netter Ja, vielleicht beim Zweiten Mal noch Beim zweiten Mal hast du mich auch schon so angemacht Alles klar Was soll ich mir jetzt nächstes kaufen? Hast du schon Ich krieg zu schnell Items mit Irelia Okay, ein letztes Item brauchst du ja? Ja Hm 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 Das geht nicht, das ist schon ein Hextage Item Kannst du trotzdem noch eins kaufen Ja, aber die passen, die aktiven, die stacken ja nicht Ja Und? Oder du holst die Leandries Ähm Oder Räuler ist Bisse Diese komischen Dinger da auf der Map Woop Zug Das sind die Das sind die Das heißt der Äh Responder Guys Guys Hallo Mach einfach bot Freilaufende Irelia auf der Midlane Will keine Haugen Kann ich verstehen Was machen die noch da? Da Benno Da ist Quinn Benno Ich komm nicht ran, um sie zu stun Hinter dir ist übrigens sein Und Cassio Die hat keinen Sonja Hallo, sie hat mich grounded Ich wollte gerade über die Wand flashen, da war ich grounded Ich weiß auch nicht, kein letztes Item blöd hat Ja Ich weiß ein letztes Item Ähm Was denn? Ich geh auf Ludens Echo Ja, perfekt Brumm brumm Choo 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 Du musst dich angreifen Chinks Du kannst doch einfach hin und her laufen Macht genauso viel Schaden Da Da war der Wichter Nicht getroffen, aber nächstes Mal Bestimmt Ich hab' ein Auto-taick gemacht Oh, Chinks You can do it Du kannst ein Auto-taick Ah, sie hat einen Auto-taick gemacht Oh, sie stirbt Nein ihr müsst noch kurz warten gleich am start ich konnte mich nicht bewegen willst du den vielleicht bei der sein kloppt uns an keine ahnung wo das hingehen soll habt ihr gestalt ich hasse es es kann nicht sein was ich habe 500 leben und töte sie ja jetzt nicht aber fast als versuch geht es durch wie kann ich denn während beim w sterben zum beispiel oder damage overtime von kassio er wird nicht gestoppt ist das ist so unspaßig gegen suraka zu spielen voll ap suraka und ich bin nicht auf die e gekommen weil mein hextech-item zu aktivieren war das ein flash von dir film nein ich hab mein flash noch ab okay okay kannst gucken richtig aber ja ich hatte es geplant aber war noch auf cooldown was macht mehr schaden glaubt ihr hektisch dieses hextech-item oder hextech-gunblade hextech-gunblade ich hab grad an ap shako gedacht aber wenn du dich umkommst und dir gunblade rabadons holst dann hast du noch mal eine active eine aktive mit richtig viel damage aktiv das ist mal ein watcher anny oh die maul what the fuck ist das das ist ja super schade der macht mir angst der ist so groß zu recht guck dir an wie viel leben der hat steh den mal was könnte meine schuld gewesen sein wie kriegt man den eigentlich ich habe nicht was nachgedacht du musst du gar nicht weiterreden es ist einfach nur deinen namen sagen können danke den buff habe ich jetzt nicht bleib hier gleich kommt der hunden wieder raus das ist wie Slay das ist doch Peckband oder das spiel ist zu viel ich hätte nicht auf ap gekauft hätte ich das jetzt überlebt wäre ich nicht in 1,2 sekunden gestorben sie fliegt sie fliegt lasus hm nö nö sie hat die ulti abgefangen und die queen will so be... oh lol der heal ich habe vergessen das war ja was in deren team geh einfach hin und drüber die mal bitte den bürgen der kick war overkill aber was oh lol der hat ja noch kurz gelebt äh benno ja du hast die surrake fest getötet das ist gut komm mal bitte oder ja ja tötet hast du das ist grad nicht passiert das ist grad nein ich reche oh god er will 5 nicht senden ne ok die hat schon wieder ihre ulti ja ich hab nie gesagt ich bin gut mit ihm ich hab ihn nur oft gespielt ich krieg sie oh ne die hat den oh die hat den was ist das problem mit dem mastery level komm fight me fight me 1v1 was ist was fight me 1v1 fight me 1v1 ne der hat kein magic exist fight me 1v1 fight me 1v1 oh nein die hat's also raka na warte ich steun aufs raka aufs raka oh der e-spur von dir drückt auch so krass ins gesicht ne that was pretty lame stell dir vor die kirk äh flash juke didn't work weil sie's nicht gesehen hat nein hihihi 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 kennst du das du willst feinde flash juken aber kein feind guckt dir zu hihihi 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 doch egal ich hab gefarmt äh die wollen unbedingt dass wir dings dass wir nasus reporten aber wofür wird denn überhaupt jemand auf den pbi gebannt mhm unwahrscheinlich jetzt spawn doch immer wieder dieser dragon oder ja ja aber das ist voll bescheuert weil drei dragons von den gleichen zu bekommen ist doch voll unwahrscheinlich aber es ist möglich es ist der zufall welcher spawnt also stochastisch betrachtet ist dreimal den gleichen dragon bekommen ungefähr bei einer wahrscheinlichkeit von 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 1,5 prozentig packt sein taschenrechner aus hihihi hihihi streber alles klar philip ich komme philip ich komme kann man kann man mich streber nennen wenn ich nicht mal mehr zur schule geh ja schon ja schon ich hab ein problem ich hab ein kleines problem dann mach den oh leul du wirst gequinnt ja ich weiß das ist ja mein problem wenn sie auf dich zufliegt dann würde ich mit ihren base laufen dann würde ich mit ihren base laufen wenn sie auf dich zufliegt oh leul ich weiß nicht wo ich lang lauf oh leul nice bet verdient ja pano steht einfach drin ich hätte es so gefallen dass der sich einfach voll laufen lassen hihihi 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 oh er hätte auch was gehabt das fände Andi aber nicht so lust ich bin recht so ist es nicht hihihi also das einen innen kicken das hat auch was ich will nichts sagen aber die Soraka hat doppelt so viel AP wie ich hm ja ja die haben mehr AP als ich nein oh nein nein so gut zu viel AP hatte ich mit Weger nach 15 Minuten ja 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 er ist mit mir gegen gelaufen so die OP zu Soraka ooooh Jinx du machst ja fast damage oh yeah holy shit was ist mit dir passiert wie viel damage macht das denn ja keine Ahnung hast du im Gift stehen geblieben hä nein hier war doch kein Gift keine Ahnung ich hab nicht aufgepasst ich bin hier gestorben und da war kein Gift was weiß ich denn ich glaube sie hat einfach nur übelst viel Schaden gemacht true true ok warte warte ab links dann oh der Wardjob war nice ich hab irgendwas gemacht ich hab mein Game ist gefrost ok also viertel top lane conclusion äh geht durch der wird dich einmal fighten fast sterben und dann nie wieder fighten das ist langweilig die